Herzlich Willkommen zu Nascott. Diesmal neuer Spielmodus. Ich glaube es ist Team Deathmatch. Genau, aber ab Rang 10. Ab Rang 10 ist das genau. Ja, 30 Kids gewinnen. Wann kann ich denn in dieser Map überhaupt fliegen? Ja. Okay. Ich versuche jetzt nochmal diesen... Alter, wird der gerettet von dir? Alter, wir sind in verschiedenen Dingen. Okay, dann wird das wohl diese Folge so ablaufen, dass wir in verschiedenen Teams sind. Hoffe ich mir, dass mein Team besser ist. Boah, wir sind so schlecht. Was? Dann sag mir mal wo du bist. Was ist damit? Ich bin in deinem Team, Alter. Ich habe so eine Attacke eingesetzt, wo ich dann so aussehe, wie ich gekriege. Super. Ja? Labasoft, hast mich doch gekillt eben, Alter. Nein. Kann gar nichts machen, wenn ich in der Kabel. Alter, überall diese komische Pfeile. Boah, das Blöde an dem Sentinel ist, dass der einfach voll wenig Energie hat. Also man ist voll schnell da unbestimmt. Scheiße, Mann. Okay, einen Kill gemacht. Na, Alter, die immer mit ihren Feigling-Attacken helfen. Ach stimmt, du bist ja auch einer von uns, na ja. So, jetzt habe ich dich. Ich treffe mit dieser Attacken einfach nicht. Das ist doch scheiße, Mann. Alter, wird nix mehr, ne. Das ist immer so knapp entscheidend, ey. Alter, der ist voll kacke. Wie kann ich Charakter wechseln? Ja. Ausstattung. Der ab hier. Einen hab ich. Da ist noch einer, ja, Mann. Bringt hin. Sehr gut. Hier ist noch einer bei mir. Down. Fuck, Alter. Wo ist denn? Ich komme, hier, komm rein. Komm rein. Hier. Ey. Ja, Mann. Fuck, ey. Der hat durch die Wand geschossen, Alter. Ohne Scheiß. Ich war schon drinnen. Im Gebäude, ey. Das kann doch nicht sein. Scheiß. Hat den gerettet. Eine Frau ist ziemlich down. Ja, ist weg. Alter. Fuck, ich kann nicht mehr. Geh. Ich will. Warum hast du mich da weg? Alter. Fahr kein mit. Geh mehr. Boah, ich bin hinter dir geplatzt, oh shit, ich bin runtergejumpt und warte aus der Luft geholt, ey. Scheiße. Das tut, ey. Ich höre doch nen Bogen, alter. Ja, Mann, zack, ausgesoffen, ey. Alter, guck dir mal bitte schon diese Schlattrohr an, alter. Sieht aus wie klein. Ja. Na cool. Wo du noch am Leben war, ne, als Mensch. Ja. Hier ist wieder einer. Alter, Lachs. Ich bin voll den in den Arm gesprungen, ey. Ey, ich sehe gerade, dass dein Charakter sich auch unsichtbar gemacht hat. Ja, ja. einer ist down. Schönes Ding. Voll daneben, Mann. Ich brauch den. Ah, nö, alter. Mal so unnötig, ey. Okay, Daniel, bitte was? Ja, man, zwei Kills gemacht. Lass dich geballern. Naja. Können mich nicht in Ruhe trinken lassen, ne? Ah, da hinten ist der. Was für ein Feigling, alter. Boah, ey. Das schwimmt ja voll. Scheiße, 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 scheiße. Achso. Oh, shit. Ich habe beide neben mir, also das ist doch so zu kotzen hier manchmal. Shit. Ich bin jetzt tot. Oder? Ne. Das überlebt, komischerweise. Ey, wieso genau auf mich, Mann? Das kann aber nicht sein, Mann. Ich habe nur drei Kills, aber bei mir läuft es gar nicht, ey. Die Map ist einfach scheiße. Motherfucker, den kriege ich noch, ey. Ich bin tot, ey. Fuck. Ich war glaube ich der letzte, der gestorben ist, Alter. Ja. Ja. So, jetzt aber auf der Menschenseite dann. Was denn? Ja, der muss jetzt für dich laufen. Das ist hier, äh, menschenbasiert. Ja, ja. Das ist schon einer. So. Ja, der hat mich runtergeschubst, so eine Scheiße. Ey, wo seid ihr alle? Hey, naja, was abgeht, ey. Hey, naja, was abgeht, ey. Ohne Witz. Clusterfuck. Du bist zu weit weg, Alter. Du musst bei uns bleiben. Ja, ihr seid alle gestorben, Alter. Alter, wie viele von denen gibt es denn? Das ist doch unglaublich, Alter. Sind hier, das ist doch einfach nur behindert, was hier gerade abgegangen ist. So, jetzt lass mal hier zusammenbleiben. Was macht ihr, ihr müsst zusammenbleiben, Leute? Wo bist du? Ich bin tot. Ja, jetzt bist du bei uns. Schießt den Vogel dahinten ab. Keine Ahnung, die Schüsse kommen auch einfach nicht da an. War das jetzt? Ich hab wieder die Hälfte meiner Energie verloren. Ne, der hat eine Granate gebrochen. Das müsst ihr eigentlich gesehen haben. Da kommt eine hoch. Ist wieder abgehauen. Okay. Alter Schwede. Na ja, ich bin tot, Alter. Ich brauch irgendwo Energie. Na hol der Energie. Boah, der ist tot. Meine Fresse. Ich sehe hier nirgendwo Energie. Oh Gott. Alter. Genau hinter dir bin ich gestorben. Habe es gehört, keine Ahnung. Alter. Das gilt für alle, Mann. Du bist wie der Arsch der Welt, Mann. Das kann er nicht. Ey, der Typ braucht nur ein, zwei Attacken zu machen. Ich bin weg. Okay. Und die Schüsse kommen da nicht mehr an. Ich glaub ich brauch einen neuen Charakter. Kommen da nicht an. Ich werde auch immer woanders gesproken. Ja, dann mach was draus jetzt, Alter. Komm. Kann doch nicht hier 1550 stehen. Ist doch voll abgefasst. Ich bin tot, Mann. Krass. Keine Ahnung. Es steht hier auch alle im Nebel und macht nix, Alter. Ich hab's genau gesehen. Ihr alle drei einfach nur so richtig unnötig gestorben seid. Kein Nebelgesöhnen. Zurück, zurück, zurück. Oder nach vorne irgendwo. Boah, er hat mich gefangen, ey. Das war's für mich, oder? Boah, ich lebe noch mit einer fucking Minute Sekunde. Hab einen gekillt, Mann. Hab ich mich selber getötet, ey. Sobald geht's auch nicht, heute kannst du nirgendwo hoch, Alter. Ich wollte schon wieder von dem Vieh gefangen. Alter, ey. Das ist ganz vergessen. Das haben wir verloren. 24,7, ey. Ist auch kein Zusammenhalt, weil hier jedes Mal alle alleine rumlaufen. Da kommt der wieder, der Dicke, Alter. Verbrennst du Tode, Mann, ey. Wie viel halten die aus? Ja, ey. schlechtern. Ey, da war nichts möglich. Da war nichts zu machen, Alter. Das haben wir richtig abgelost. Puh, na ja so kanns auch mal gehen. Oder auch nicht. Haut rein, Leute.